Womit klar ist Nachteil, resultierend aus seinem Qualifying run gestern und wie lange ist gerade vorne, ist es Derrick oder ist es der Schweizer? Der ist der Writer Derrick, Toni Mertz im Moment auf der 2, so wie es hier nach unten kommt, er liebt diesen Sport. Also Derrick Mertz auf der 1, Toni Mertz macht es vorher Rappel-Crash-Dice, das ist kein Sport, es ist ein Hairstyle. Ja, der merkt es Tommy. Der merkt es Tommy.